Während wir geschlafen haben, hat sich einiges an der Krypto-Horizont zugetragen. Ethereum, ETH wird für uns ein wichtiges Thema darstellen. An der US-Regulierungsfront braut sich etwas zusammen. Die On-Chain-Daten verraten hier etwas Spannendes, das werden wir uns anschauen. Natürlich werden wir über Bitcoin sprechen. Der Retail-Markt zeigt sich unbeeindruckt von der Bitcoin-Performance. Das Hylfing ist schon einen Monat her, da passiert auch aktuell viel. Der Total 3, also der gesamte Altcoin-Markt ohne Bitcoin, ohne Ethereum, ist auf dem Scheideweg. Was bedeutet das für die Altcoin-Season? Auch alberne Themen müssen wir hier besprechen. Wir werden auf Solana schauen, da entsteht gerade ein Trend, womit ich nichts anfangen kann. Für diese Prominente zeigt sich etwas sehr, sehr Besonderes, wenn es um Krypto geht. Der DeFi-Markt, da ist mir etwas Interessantes aufgefallen, das möchte ich mit euch teilen. Uiuiui, Stellalumen, da entsteht etwas Großes. Ja, Layer Zero steht bereit. Ich denke, im Juni wird der Airdrop kommen und wir müssen hier trotzdem etwas beachten. Aber Freunde, erstmal guten Morgen und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wie immer seid ihr alle herzlich eingeladen hier zu dem Krypto-News. Hier spreche ich über Kryptowährungen, On-Chain-Daten, viele, viele Smart-Moneys, viele Themen rund um Krypto. Ich würde mal sagen, wir starten auch direkt mit dem Video. Dein Abo, dein Like nicht vergessen. Aber erstmal möchte ich mich bei euch allen bedanken, zu euren zahlreichen Kommentaren, für eure zahlreichen Likes. Macht weiter so und klickt natürlich immer auf Liken und kommentiert dieses Video. Das hilft ungemein an dieser Stelle. Letzte Woche hat die SEC 8 Ethereum Spot ETFs genehmigt. Für Krypto war das vor wenigen Tagen noch sehr unerwartet und letztlich eine großartige Neuigkeit. Die Quoten auf Polymarket lagen zu Beginn letzter, vorletzter Woche bei nur 10%. Und da seht ihr, wie unerwartet die Genehmigung des Spot ETFs auch eingetroffen ist. Ich denke, wir sprechen hier dieselbe Sprache, wenn ich sage, dass die Genehmigung des Spot Ethereum ETFs für uns in der Kryptosphäre ein enormer Gewinn und letztlich auch eine Möglichkeit für die breite Akzeptanz von Kryptowährungen seit der Zulassung von Bitcoin Spot ETFs darstellen könnte. In den letzten Jahren haben die US-Regulierungsbehörden erheblichen Druck auf die Kryptoindustrie ausgeübt. Die SEC hat Unternehmen wie Coinbase, Uniswap, XRP verklagt oder die Absicht dazu signalisiert, sie zu verklagen. In der Kryptosphäre wurde vielfach darüber geredet, dass es keine Möglichkeit gibt, für US-stämmige Unternehmen auch sich für Kryptowährungen zu registrieren. Und einige Kongressmitglieder sprachen sogar von der Aufbau einer Anti-Krypto-Army. Denn zusätzlich zu der Genehmigung des Ethereum ETFs durch die SEC wurde auch FIT21 durch den Kongress verabschiedet. Dieser Gesetzentwurf legt einen regulatorischen Rahmen für Kryptowährungen fest und stellt klar, welche Token Wertpapiere oder welche Token als Rohstoffe zu behandeln sind. Und für mich persönlich stellt FIT21 eine erste Möglichkeit dar, um einfach diesen Adaptionszyklus oder auch die Etablierung von Kryptowährungen voranzutreiben. Blicken wir auf die On-Chain-Daten von Ethereum-Preis zu Exchange Reserve. Und zwar die Menge an auf den Börsen gehaltenen Ethereums ist auf den niedrigsten Stand seit 2016. Und liegt nur noch bei 12,87 Millionen Ethereum. Und das deutet insgesamt darauf hin, dass der Markt immer mehr Ethereums von den Börsen abzieht und dann auch auf Self-Custody hinüber geht. Und das Ganze dann selber mittels einer Ledger, mittels einer Wallet dann auch verwahrt. Doch wir stellen uns alle die Frage, wie es eigentlich mit Bitcoin mittlerweile weitergeht. Wir haben natürlich hier im Januar diesen massiven Pump gesehen, was überaus positiv auch mit den Spot-ETFs durch Bitcoin auch beigetragen hat. Mittlerweile befinden wir uns in einem eher schwacheren Umfeld. Das Volumen nimmt ab und laut dem Fibonacci Retracement, die goldene Zone, kann der Preis von Bitcoin sogar zwischen 59.000 und 55.000 Dollar fallen. Und für mich ist das ein Punkt, worauf ich spekuliere und auch meine Limit-Orders dementsprechend so auch positioniert habe. Wie ist deine Meinung? Wo willst du Bitcoin nochmal einkaufen? Schreib das in die Kommentare. Aber dennoch bewegen sich Bitcoin und Ethereum nah ihres All-Time-Highs, wobei die Akzeptanz auf den östlichen und westlichen Märkten zunimmt. Das Interesse des Retails hat dennoch nicht die Intensität erreicht, die im Zyklus 2021 zu beobachten war. Während aber auch die Google-Suchtrends und die App-Rankings für kryptobezogene Anwendungen hinterherinken, außer jetzt die Phantom Wallet von der Solana. Die steht ja mittlerweile überall gefühlt auf Platz 1. Bitcoin verzeichnet einen Monat nach seinem Halfing einen bemerkenswerten Start hin. Hier haben wir die Preis-Performance-Epochen-Tabelle und zwar Epoche 1, 2, 3, 4, 5. Für uns wird die Epoche 5 wesentlich sein mit dem Reward von 3,12 Bitcoin in schwarz und die diesjährige Performance nach dem Halfing ist die zweitbeste und wird nur von den Renditen des zweiten Zykluses übertroffen. Wenn Bitcoin preislich weiterhin überperformt, dann ist es seit dem Halfing jetzt, was wir aktuell erlebt haben, der beste Start in der Geschichte von Bitcoin. Und da fehlt nicht mehr viel und das dürfen wir nicht vergessen. Springen wir auf den Altcoin-Markt. Das ist der Total-Drei-Chart und zwar die gesamte Marktkapitalisierung der Altcoins ohne Bitcoin, ohne Ethereum. Aktuell steht es jetzt in einem sehr, sehr entscheidenden Phase. Unser Ziel wird natürlich sein, auch die Altcoin-Season 2021 zu übertreffen. Natürlich liegt es auch in unserem Interesse, auch eine hohe Marktkapitalisierung im Altcoin-Space zu haben. Aktuell liegt das Volumen in einem sehr, sehr gesunden Bereich und es wird sich zeigen, ob das Ganze jetzt positiv enden wird. Ob hier dieser High übertroffen wird oder jetzt der Low überschritten wird, wird eine andere Sache darstellen. Insbesondere müssen aber unsere Augen dennoch auf Ethereum gerichtet sein, denn 90% des gesamten Ökosystems der Altcoins basiert auf ERC20. Daher wird es besonders wichtig sein, dass wir immer auf Ethereum schauen, denn das symbolisiert insgesamt dann auch diesen Altcoin-Space wieder. Aber ich denke nach der Ethereum-Support-ETF-Zulassung und auch mit FIT21 sollte das Ganze eine sehr, sehr gute Sache darstellen. Und kurze Werbung in eigener Sache. Wenn ihr noch keinen BitGuard-Account haben solltet, dann nutzt gerne meinen Link unten in der Beschreibung. Ich hatte es mittlerweile angesprochen. Unser Blick geht mittlerweile auf die Solana Chain und auf diese ganze Degen-Sphäre, wo auch ich tagtäglich unterwegs bin und auch meine Profits hier auch täglich mitnehme. Ist hier dann doch eine Sache, die ich beobachten konnte. Und zwar für viele Leute, die auch in diesen Märkten traden, ist eines der besten Beispiele für Projekte der MAGA-Coin. Also der Coin für oder angelehnt an Donald Trump und das war eine Performance, die sich echt sehen lassen kann. Alleine letztes Jahr im Oktober wurde auch MAGA für 6 Cent gehandelt. Mittlerweile beträgt der Preis 14,52 Dollar. Und viele wollen natürlich auch ein Beispiel an dieser Erfolgs-Story nehmen. Und das Ganze aktuell passiert auf der Solana Chain, in dem auch viele berühmte Persönlichkeiten ihren eigenen Coin veröffentlichen. Und darunter nämlich auch Caitlyn Jenner, darunter auch Rich the Kid. All diese einzelnen Promotings und Coin-Shillings werden über Pump & Fun geregelt. Und auch hierzu EG hat auch ihren Contract-Adresse auch hierzu gepostet. Und mittlerweile, das ist der hier, glaube ich, Caitlyn Jenner ist hier. Aber Mother EG, das ist der hier. Aber inwiefern genau diese Coins auch profitabel sind, mag ich zu bezweifeln. Aber es gibt immer noch Börsen, die es trotzdem listen. Ich halte mich da so ein bisschen fern von. Natürlich, um die einzelnen Profits mitzunehmen, für kurzzeitige Trades absolut gerechtfertigt. Aber für mich, ja, hier werden sie auch gegenseitig hier gerade promotet. Ja, sieht man hier an dieser Stelle. Und das ist, wie gesagt, eine Sache, die müssen wir im Auge behalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen super Zyklus darstellt, ob das jetzt eine neue Art von Trend ist. Okay, ich scrolle hier nicht mehr runter. YouTube darf mir die Videos hier nicht sperren. Aber ihr wisst, was ich meine, Freunde. Passt auf bei solchen Sachen. Kurzfristige Trades, okay. Aber langfristige Trades, eher mag ich zu bezweifeln. Dann sollte man doch lieber auf gut funktionierende Projekte mit einer hohen Marktkapitalisierung zu sprechen kommen. Und jetzt haben wir den DeFi-Markt vor uns. Da passiert viele Sachen. Und zwar schaut euch mal Linear an. Die TVL, also der Total Value Blocked von Linear steigt. Und das ist eine wunderbare Performance, weil einfach das zeigt, dass der Markt genau auch diese Interesse nach DeFi-Protokollen, nach Debs auch will und auch bereit ist, Geld auch in die Blockchain Linear mit einzuspeisen. Der Airdrop zu Linear wird noch weiterhin folgen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich denke und spekuliere mit dem Juni, dass die Airdrops so langsam rauskommen werden. Ob es jetzt Linear ist, ob es jetzt Taigo ist, ob es Layer Zero ist oder CK-Sync. All die Projekte werden auch im Juni ihre Coins hoffentlich veröffentlichen. Wir haben auch hierzu bei Stellar einiges an interessante Neuigkeiten. Denn es wird ein Netzwerk-Update vorgenommen und das Protokoll wird hierzu in den nächsten kommenden Tagen aktualisiert. Habt das im Hinterkopf. Und wir haben auch zu Stargate. Also Stargate ist ein Produkt von Layer Zero. Da haben wir eine Version 2 bekommen. Und da wird es natürlich auch wichtig sein, dass wir auch unsere Farming-Skills dafür nutzen und auch die Pools von Stargate mit Geld, mit echtem Geld befüllen. Damit wir hoffentlich auch einen höheren Airdrop bekommen könnten. Der Markt zeigt sich, dass der Markt hier ein hohes Interesse hat, Geld auch in Stargate als Liquiditätspool auch hinzuzufügen, mit beizusteuern. Weil einfach viele davon ausgehen, dass das auch ein entscheidendes Kriterium sein kann für einen Airdrop in Bezug auf Layer Zero. Aber all diese Themen zu Airdrops, Geschichten und so weiter machen wir alles in einem separaten Video. Vergisst eure Likes nicht. Vergisst eure Kommentare nicht. Supportet ungemein auch dieses Video. Und Freunde, wir sehen uns auch morgen wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.